Im Bauwesen finden zerstörungsfreie Prüfverfahren immer größeren Anklang. Hupfer-Ingenieure aus Hamburg setzt hochzuverlässige und modernste Prüfgeräte ein, um ohne größere bauliche Eingriffe Schäden an Bauwerken sichtbar zu machen. Mit Hilfe zerstörungsfreier Methoden wie Ultraschall und Radar werden Tiefgaragen und Brücken untersucht, Dickenbestimmungen von Betonbauteilen durchgeführt, Bewährung für Qualitätssicherung und statische Nachrechnungen festgestellt, sowie Einbauteile und Fehlstellen zerstörungsfrei geortet. Mit der Potenzialfeldmessung werden korrodierende Bewährungsstähle im Beton detektiert. Alle Untersuchungen werden professionell durchgeführt und genau analysiert, um Ihnen zuverlässige Ergebnisse für Ihre Objektplanung zu liefern.